Hurdachäa Rat Frosch und Skorpion Im alten Persien lebten viele Skorpione. Sie waren die giftigsten Tiere weit und breit, und alle Wesen, Mensch oder Tier, mieden sie. Ein einziger Stich ihres Stachels konnte den Tod bringen. Einer dieser Skorpione stand am Ufer eines kleinen Flusses und überlegte, wie er auf die andere Seite kommen könne. Skorpione können überhaupt nicht gut schwimmen, also mußte er ein Transportmittel finden. Er hatte schon ein Stück Holz und ein großes Blatt probiert, aber der Wind blies von der anderen Seite des Flusses und trieb ihn immer wieder zurück. Dahin, wo er hergekommen war. Dann sah er einen Frosch im Wasser vorbeischwimmen. Entschuldige bitte, Frosch, sagte der Skorpion, ich kann nicht schwimmen. Kannst du mich darüber bringen? Der Frosch lachte ihn aus. Ach, Skorpion, ich weiß natürlich von deinem Giftstachel, du wirst mich stechen und dann muß ich sterben. So blöd bin ich nicht. Der Skorpion erwirte, normalerweise wäre das sicher richtig, aber wenn du mich über den Fluss bringst und ich dich dabei stechen würde, dann würden wir doch beide ertrinken. So blöd bin ich doch auch nicht. Der Frosch dachte kurz darüber nach, der Skorpion würde doch nicht den Frosch töten, auf dem er schwimmt. Gut, sagte der Frosch, dann klettere auf diesen Stein dort am Ufer und spring auf meinen Rücken. Ich will dich über den Fluss bringen. Du wirst mich schon nicht stechen. Der Skorpion sprang auf den Rücken des Frosch und dieser schwamm vorsichtig los, damit der Skorpion nicht runterfällt. Der Skorpion fand es zuerst ganz toll und spannend, denn er war noch nie auf dem Wasser gewesen. Aber da es außer Wasser nicht viel zu sehen gab, sah er sich bald den Frosch genauer an. Er war einem Frosch noch nie so nahe gewesen und hatte ihn nicht gestochen, dachte er und fügte in Gedanken noch schnell hinzu, daß er auch noch nie eine so gute Chance hatte, einen Frosch zu stechen. Er stellte sich vor, wie er den Frosch von seinem Rücken aus stechen würde, am besten im Nacken. Der Skorpion visierte die Stelle an. Genau da würde er stechen und der Frosch würde gar nichts merken. Es war so einfach. Der Skorpion schleuderte seinen Stachel nach vorn und stach den Frosch. Im Sterben flüsterte der Frosch, »Warum hast du das getan?« Und der Skorpion antwortete, »Es tut mir leid. Ich bin eben ein Skorpion. Ich kann nicht anders.« Dann versanken beide im Wasser.